Ihr müsst eure Wette einlösen. Wie machen wir das? Ihr spielt jetzt... Ihr habt kein Mädchen. Aber wir haben eine von Europas besten Sängerin da. Welchen? Haben wir mal beide Mädchen? Eine ist genug. Zwei Kerle, ein Mädchen. So geht es natürlich auch. Ich bin tatsächlich nicht techsicher, deswegen lasse ich mir helfen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das Publikum auch mitsingt. Guck mal, wir haben hier den Text auch. Wunderbar. Björn und Benni mit Helene Fischer. Sowas gibt es nur bei Wetten, dass... Toll! Thank you, I will say... Na ja... Toll! 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 Soll! Toll! Ja ja, ja ja. Moment, Moment, Moment. Das glaube ich. Toll! 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 Ja ja, ja. Also, aber komm wieder. Helene geht auf Tour. Beruhigt euch, wir sind ja froh, natürlich könnten wir das große Medley machen. Super Trooper, thank you for the music. Ja, ja, aber dann machen wir, ja, 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 nein, nein, Jugo, nicht heute Nacht. Also, die Herren sind erschöpft. Also, aber es ist so, dass bei allen Shows irgendwelche Superstars zum Flieger mussten. Die Leute haben immer gesagt, stimmt das wirklich oder lügt der? Die müssen wirklich zum Flieger. Die müssen wirklich, sonst würden sie ewig bleiben und musikalisch, die Musik würde uns ja nicht ausgehen. It's enough music, it would be enough music to stay. Nein, die musiken uns nie aus, wir müssen arbeiten, richtig. Dankeschön. Danke, Thomas, und thank you for all your support through the years. Und ich möchte noch eins sagen, Frieda und Agneta sind ja nicht hier, aber die schicken euch natürlich die allerbesten Grüße. Das wisst ihr ja auch, die haben euch alle lieb. Dankeschön. Thank you. See you again. Thank you, Björn. Thank you, Benny. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Und nochmal. Thank you for the music. Danke schön, Leon. Vielen Dank.